Mein Name ist Roberta Kalcher, ich bin 14 Jahre alt. Meine vorherigen Vereine waren das Vormaultpon, FV Knittling und FV Linzingen. Meine persönlichen Ziele sind, mich weiterzuentwickeln. Meine Ziele sind mit der Mannschaft hoch, also oben bleiben und einfach immer gut spielen, kämpfen, dass wir einfach drin bleiben in der Oberliga. Meine Position ist 10. Energie braucht Impulse.